Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 16. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1273. Es ist pünktlich um 4 Uhr und diese Episode geht mit unter anderem Oppo, Twitter, iPhone, SOS, Jeff Bezos, Pusse, Tim Cook und Google Health Connect online. Nein, sofern die Technik mitspielt, logischerweise wie immer. Genau, wir haben zuerst Oppo und nachdem es vor kurzem Gerüchte zum im Frühling kommenden, wahrscheinlich im Frühling kommenden neuen Flaggschiff gibt oder gab, gibt es jetzt neue Gerüchte für diesen Dezember. Denn wie so oft und einmal, erst letztes Jahr nämlich, hat Oppo im Dezember sein erstes Falt-Smartphone vorgestellt, das Find N. Nun kommt es eben das Find N2. So sagen es zumindest die Gerüchte. Und was sagen uns die Gerüchte? Ja, es soll wahrscheinlich zwei deren Klapp-Smartphones geben. Nachdem Oppo im letzten Jahr ein grosses Klapp-Smartphone gemacht hat, in Anführungs-Schlusszeichen, soll jetzt noch eine Clamshell-Version dazukommen. Das Besondere an der Version soll sein, dass der Akku riesig sein soll, 4300 mAh. Ist für ein Klapp-Smartphone doch recht heftig. Vor allem, wenn man dann aber durch die Bilder anschaut, weiss man auch, wo das runtergebracht ist. Nämlich logischerweise direkt im Gehäuse. Es schaut ein bisschen pummelig aus. Ist aber nicht schlimm, wenn man bedenkt, dass man dadurch dann eben deutlich mehr Akku mit sich tragen könnte. Was ja auch nicht verkehrt ist. Was am Find N2 so spannend ist, schon am Find N ist, oder finde ich zumindest, ist, dass es das schönste und bestbedienendste Klapp-Smartphone in der grossen Version ist. Also wo man quasi ein Phablet halbiert zu einem normalen Telefon. Denn etwas, was ich an den Samsung und anderen Devices überhaupt nicht mag, ist, dass die Aussendisplays so extrem lang gezogen sind. Die kann man nicht nutzen, weil sie einfach extrem lang, aber nicht breit sind. Die ganzen Apps gehen nicht wirklich aussen dran. Hier geht das Ganze, weil es ein normales Smartphone, so ein kleines Mini-Iphone quasi ist, was man dann eben aufklappt. Inwendig ist natürlich immer noch das Problem. Du hast zwei Apps, die nebeneinander parallel laufen können. Aber wenn du Video schaust, hast du vor allem einfach schwarze Balken. Und das ist immer noch das Ding, wo ich sage, ich weiss nicht. Ich bin mir der Fan von den Clumshell-Smartphones. Aber, was ihr wisst, liebe Hörenden da draussen, ich bin grosser Fan von der Club-Technologie und wie das die einzelnen Companies lösen. Und somit werde ich mir das hoffentlich auch anschauen können. Weiter geht es mit Twitter und Elon Musk. Der hat nämlich gesagt, dass er in Zukunft, und das schon ziemlich schnell, die Information Send from an iPhone, also Twitter für iPhone oder Twitter für Android, entfernen wird. Das ist irgendwie mal marketingmässig wahrscheinlich nicht ganz verkehrt gewesen für das iPhone, weil man gesehen hat, dass die meisten Tweets irgendwie über das iPhone abgesetzt wurden. Aber hat dann gleichzeitig auch zu Problemen geführt. So haben zum Beispiel Neujahrsgrüsse von Huawei im 2019 über einen Google-Tweet abgesetzt worden. Damals wusste es gar nicht, wie sagt man, Anschluss und Endzeichen gar nicht mehr gab. Aber auch das wurde von dem iPhone abgesendet. Samsung schafft es regelmässig, seine Tweets über iPhones abzusetzen und auch andere Companies. Und somit, ja, was soll ich sagen, es gibt auch die ein oder andere Influencer, die dann für irgendein Android-Device wirbt und Send from iPhone hat, habe ich schon mehrfach live an solchen Events mitbekommen. Ja, dass das nicht mehr mit drauf ist, finde ich nicht schlimm, finde ich nicht gut, wie auch immer. Mich stört es nicht, dass es nicht mehr da ist. Und somit gibt es dann auch weniger Aufruhr, was das anbelangt. Die lieben Blogs- und Newspost-Seiten haben dann halt ein bisschen weniger was zu berichten oder bringen noch ein bisschen mehr irgendwas anderes. Apple hat ein neues Werbevideo, Testing Action Mode herausgebracht, das sich sehen lässt. Da sieht man nämlich, wie man mit dem iPhone schön und smooth filmen kann, auch wenn man sich schnell bewegt und so sportliche Aktivitäten betreibt. Ist schon eindrücklich, wenn man bedenkt, dass man bis vor ein paar Jahren dafür noch ein Gimbal gebraucht hat oder ähnliche Geräte. Ich habe ja vor einigen Wochen berichtet, dass das Emergency SOS via Satellit im November dieses Jahres in den USA starten wird. Das sind natürlich tolle Neuigkeiten. Apple hat auch gesagt, dass sie noch relativ schnell Ende dieses Jahres weitere Länder und Anfang nächstes Jahr deutlich mehr Länder mitbringen werden. Apple hält auch Wort, denn es passiert jetzt nämlich noch bis Ende dieses Jahres. Im Dezember sollen weitere Länder dazukommen. Dazu gehören zum Beispiel Grossbritannien, Frankreich, Irland und Deutschland. Leider kein Schweiz, aber somit und entschuldigt für die Häme, hat man jetzt in Deutschland überall Internet oder Zugang, um wenigstens eine Message abzuschicken. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwann über die Grenze gehe und das austeste, sofern das mit einem Schweizer iPhone respektive Provider überhaupt funktionieren wird. Ich muss mich da mal schlau machen. Jeff Bezos, ein Mensch, der mir eigentlich überhaupt nicht sympathisch ist, noch nie wirklich war. Ach, natürlich, das, was er geleistet hat mit Amazon, ist natürlich gigantisch. Das, was er aber auch verbrochen hat mit den ganzen Mitarbeitenden etc. und dem Markt generell, ist sehr, sehr unschön. Jetzt könnte er dezent positiver ins Richtgelückt werden, denn er hat in einem CNN-Interview bekannt gegeben, dass er noch zu Lebzeit, die Frage ist, wie lange er noch leben möchte, sein Geld, ein grosser Teil seiner 200, ich glaube, was um die 14 Milliarden, unters Volk bringen möchte. Zum einen soll es zur Rettung des Klimas, also der Weltkugel, vor der Klimakatastrophe, dem Klimawandel zugutekommen und Menschen soll es helfen. Bezos hat sich sehr, sehr vage gehalten und eben es auf seine Lebzeit abgerechnet. Wir werden sehen, was da dann wirklich passiert und dahinter ist. We will see. Dann gibt es Neuigkeiten aus den Staaten. Vor längerem haben ja über 40 Staaten in Amerika geklagt gegen Google, weil sie unrechtgemässig Standortdaten ermittelt und getrackt haben, obwohl das Nutzende ihnen das eigentlich im Android-Betriebssystem untersagt haben. Ja, Google ist halt nach wie vor evil und hat das trotzdem gemacht. Jetzt müssen sie die Busse zahlen. Dies ist aber verhältnismässig mager ausgefallen. 400 Millionen müssen sie blechen. Auch wenn es dem Unternehmen aktuell wie vielen anderen nicht so gut geht, also in Anführungs-Schlusszeichen immer gesagt, ist das natürlich ein kleiner Klecks und das nimmt man dann locker hin. Ich glaube, die haben mit den Standortdaten deutlich mehr verdient. Aber das Spekulation. Auch dem Cook hat sich gemeldet zu der aktuellen Wirtschaftskrise, die auf diesem Planeten so herrscht. In einem Interview mit dem CBS Morning hat er bekannt gegeben, dass das nicht stimmt, was in letzter Zeit im Umlauf ist, dass auch Apple einen Stopp gemacht hat bei den Einstellungen. Im Gegenteil, Apple stellt nach wie vor ein, nicht ganz so fleissig wie früher, viel bedachter logischerweise, aber sie tun es. Und das ist natürlich kein doofer Zeitpunkt, das aktuell zu erzählen. Da, wo bei Google, bei Facebook und überall teilweise gute Menschen weggehen, könnte der eine oder andere vielleicht dann auch ein talentierter Mensch bei Ihnen landen. Und zu guter Letzt geht es noch ein bisschen im Bereich Fitness. Wir machen Morgensport zusammen und sammeln die Daten. Apple macht es schon seit Jahren vor mit Apple Health Kit. Da sammeln sich die ganzen Daten der einzelnen Fitness-Apps und bringen die dann auch wieder weiter. Ihr habt schon seit Jahren die Möglichkeiten zu sagen, wo was hingehen darf, welche App da reinschreiben darf und welche App die Daten da wieder raussaugen darf. Das macht vor allem da Sinn, wenn ihr zum Beispiel eine Waage habt, aber der Waage auch gleichzeitig ein paar andere Dinge wie Pulsmessung etc. zur Verfügung stellen möchtet. Ihr eine Apple Watch oder eine andere Wearable habt, die das misst, so könnt ihr die Daten zusammenführen und habt dann bessere Auswertungen in den jeweiligen Apps. Das ist quasi ein einfaches App-Silo. Und eigentlich dachte ich, das hat Google mit Google Fit schon länger auch. In einem gewissen Umfang war das auch so. Jetzt bastelt Google aber eben genau an der Schnittstelle. Bei Apple ist ja das Health Kit die Schnittstelle. Bei Google heisst das jetzt neu Google Health Connect. Die App ist aktuell in Beta zu haben. Und reinschreiben kann sozusagen eigentlich nichts. Also doch eigentlich mehrere Apps, aber noch nicht wirklich. Zum Beispiel die eigene Geschichte, die sie aufgekauft haben. Fitbit kann zwar reinschreiben, aber nicht lesen. Es gibt andere, die können lesen, aber nicht schreiben. Es ist noch in Entwicklung und deshalb auch noch Beta. Nichts Schlimmes an der Stelle. Aber das Schöne ist, in Zukunft könnte das Austauschen von Gesundheitsdaten deutlich einfacher werden. Hier in, vor allem, weil ihr Vorgaben mitbekommen habt, Google sammelt gerne Daten, muss man das natürlich immer mit Bedacht geniessen und das auch gegenüber anderen Apps nicht einfach bereitwillig alles da reinstreuen und eure Daten preisgeben. Macht euch da Gedanken, wer was konsumieren darf von euren wertvollen Daten. Das war es mit einer kleinen News-Schwemme für den heutigen Morgen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in diesen Tag. Für mich geht es jetzt dann ab ins Büro. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.